Wie schützen Sie sich vor einer Erkältung? Erkältung? Ja, Sport treiben, spazieren gehen, Sauna gehen. Ja, halt heißen Tee, Sauna, viel an die frische Luft mit dem Hund. Auf jeden Fall trinken. Ich trinke, die Mama gibt mir den roten Traubensaft. Ähm, warum einpacken? Ich gar nicht. Nein, wenn sie kommt, dann kommt sie. Wie ich mich schütze, indem ich ganz viel Sport mache und mich gesund ernähre. Wir würden gerne wissen, wie schützen Sie sich denn vor einer Erkältung? Äh, spazieren gehen, viel spazieren gehen. Daheim sind alle krank, also laufe ich jetzt mit den letzten Nicht-Infizierten durch die Stadt. Mandarinen essen, Äpfel, Jägermeister trinken, immer gesund. Und warme Getränke, viel trinken, warm anziehen, frische Luft. Ja, schützen kann man sich eigentlich schlecht, außer draußen bewegen in der frischen Luft, gell. Anziehen, richtig anziehen, ne. Schal nehmen, Wintermantel, gell. Und dann kommt man über den Winter, ne. Anti-Infizierten durch die Stadt. Danke. Vielen Dank.